Hallo, das ist der Sieger! Du hast es zum ersten Mal! Hallo, Storjana! Der ist der 5. Juni! Jawoll! Und sie schüttelt den Kopf das Ganze gar nicht drauf! Und da ist der Drittplatzierter aus den Niederländen! Tein Verlasten! Gut gemacht! Aber auch die Roma, schon ein Kompliment! Eine Drehzahlung! Schön zur Hintergründung! Alles gut! Schön! Macht Fuss? Ja, ja, ja. Nein, vorbei, ja so ein. Ja. Ja, hallo? Ja, ich freue. Ja, ja. Ja, ich freue. Ja, ja, ja. Wie la, ja, ja. Ja, ja, ja. So ladies and gentlemen, the winners of the junior wagi fight in Machenberg, in France, in France, Florian, Czech Republic, in France, the Republic and the third placed man is Netherlands. Train, fun, that's it, congrats. Un perks. Thank you so much. Thank you. Thank you. ... Das war's für heute. Ich habe einen Schritt geblieben. Ich bin ein Schritt zu drehen. Ich habe einen Schritt geblieben. Du bist in dir es entstanden. Du bist in dir Enkel. Du bist hier mit der Haare. Tja, dass du nicht? Biele, Schöster, da bist du Meister. Es ist hier im Kopf. Du bist da die Autosie-Kader! Ja, das ist das. Wie, schon auch! Okay, wir beginnen mit der Rettkampf-Ceremonie. Auf dem dritten Platz, nach einem erfolgreichen Wochenende, gründet sich selber der junge Mann aus dem Niederland mit der Schöpfung 211. Herzlichen Glückwunsch, Köln-Fahrt-Asten! Zweitplatzierte, und das freut mich ganz besonders, diese junge Dame aus der Tschechischen Republik. Herzlichen Glückwunsch, Elischa Pytlinova! Einer hat gewonnen, und ich sag mal völlig zu Recht und die absolut schnellsten Wunnenzeiten. Deshalb steht er oben auf der 1 aus der Tschechischen Republik. Herzlichen Glückwunsch, Anost Flavia! Geräusche Glockenze Ulrich Geräusche Glanz Zwei Glockenze Glockenze Ich habe es zu machen, ich habe es zu machen. Ich habe es dich auf den Mitteln mit einem Lachen. Es tut mir geht es, ich kann es dir aus! Ich bin der Meinung nach, dass ich mich nicht prüfen kann. Ich bin der Meinung nach, das war es zu machen. Ich bin der Meinung nach, das ist es gut. Ich bin der Meinung nach. Ich bin der Meinung nach. Jawohl, Dankeschön und einen riesen Applaus für die Sieger, Amitro, Jan, Echka, für Dünner und Köln von Astin. Also nach der Hülle, ob ich jetzt schon die Saterin daheimne muss.